Eine unserer größten schweißtechnischen Herausforderungen ist die Bearbeitung von Dünnblechen. Hier bewegen wir uns im Bereich von ca. 1 bis 6 mm Materialstärke. Bei der Verarbeitung oder Bearbeitung muss besonders auf den Wärmeeintrag geachtet werden, da sich das dünne Material schnell verzieht. Aber nicht nur verzugsarmes Schweißen ist hier gefordert, es muss auch auf geringe Spritzerbildung geachtet werden. Geringer Nahtaufbau ist ebenfalls ein wichtiges Kriterium, da es sich bei unseren Bauteilen oft um Sichtteile handelt und die Nacharbeit sehr kostenintensiv ist. Knoll wurde 1970 durch Walter Knoll in einer Garage als Ein-Mann-Unternehmen gegründet. Heute leiten seine Söhne Matthias und Jürgen Knoll das Familienunternehmen und wir beschäftigen international 1.100 Mitarbeiter. Doch eine große Fertigungstiefe ist der Hauptteil der Wertschöpfung in unserem eigenen Haus. Bronios bietet uns kompetente Lösungen, um bei den wechselnden Parametern und unterschiedlichsten Materialanforderungen nicht den Überblick zu verlieren. Also gerade bei Dünnblechen ist das Pulsschweißverfahren eine effektive Lösung, um Spritzerbildung und Materialverzug zu reduzieren. Auch der Lichtbogen bleibt bei niedriger Stromstärke sehr stabil. Durch den jahrelangen Einsatz von Fronius Schweißanlagen konnten wir unseren Prozess stark optimieren und die Qualität unserer Produkte steigern. Als zuverlässiger Partner bietet Fronius wartungsfreundliche Produkte, die zum Standard in unseren über 70 Schweißkabinen geworden sind. Wegen der geringen Nachbearbeitung der Schweißnähte können die Bauteile direkt weiterverarbeitet werden, was uns viele Vorteile bringt. Sowohl unsere Mitarbeiter als auch wir als Gesamtunternehmen sind von den eingesetzten Produkten der Firma Fronius überzeugt und setzen weiterhin auf gute Zusammenarbeit mit diesen zukunftsorientierten Unternehmen. Dr. Worauf Bis zum nächsten Mal. Desde nach ara Well Mün Op